Willkommen zurück, Leute, zu Xenoblade Chronicles! Im letzten Part hatten wir einige Probleme wegen diesem blöden Durchgang. Und ich habe vor, den Stärkeren zuerst jetzt Down zu machen. Denn er ist für uns 60. Und blödet somit Ärger. Mach weiter, Melia! Schweigeschlag 5. Als ob ein Schlag nicht reichen würde. Auf Blutung habe ich auch keine Lust. Auf Blutung habe ich auch keine Lust. Ja, wir haben es geschafft! Du bist aus hier! Aqua! Double Blades! Oh, wow! Keine! Atme! 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 Du bist, glaube ich... talwischeich nicht, Sch BEHLICHN! so das schwerste ist jetzt haben wir nur noch euch beide offensiv brief du bist down ich bin down hat da jemand steil schaden oder was jetzt haben wir diese schoße endlich hinter uns ich muss jetzt erst noch dahin die soul respawnst du eigentlich immer wieder du bist ein boss du darfst nicht so oft respawnen was warte 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 Ah, da ist Glück durchstoß und kann nichts blocken. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geblockt. Ganz ehrlich, keine Lust auf den Spezialeintriff. So, Lukas hier ist jetzt mein Spezialeintriff. Blitztritt habe ich schon gelesen. Kann ich aber verkaufen. Bombe fertiggestellt. Entdeckung, BOOM! Jetzt können wir weiter. Blutöl! OMG! So, das sind die Gegner jetzt auch schon stark. Das kann er nicht sein. Ist alle bereit? Ich expect nicht mehr thought of our very best. Ich bin bereit! Speer Booth! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Und down! So, auf dich habe ich keine Lust, auf dich auch nicht, aber auf dich. So monale Löcher, hat er etwas Stacheln, wenn man ihn umwirkt? Und Kettner ist breit. Ist da noch jemand anderes? Und wen habe ich gerade anvisiert? Okay... Freizeit! Okay... Es gibt mehr! Let's see there! Tollkühler Angriff! Besiege die M69... Äh, nein, die 6 Noteinheit in der Mekon-Fabrik! Besiege 2 offensive Noteinheiten in der Mekon-Fabrik! So, jetzt nicht, dass hinter mir mehr Gegner gespawnt sind! Was hat danach ausgesehen? Ja! Und jetzt kommt eine Schweigeschlag-Combo... Eineق detox-Suchwein Netflix! Anど wannali? Ja! Ich schien in Oxford! Pretty! Ah! Leinge! So. Komm schon. Gleichwert. Bevor du das einsetzen kannst, ist du dauernd. Du bekommst jetzt... Bevor du ein Cat-Man bist, ist die Spüren. Ja, Book is down. Das wird langsamer Zeit für Aufrüstung. Und das mach ich auch. M100-Helme. Nehmen wir das für dich. Sieht nicht viel anders aus. Okay. 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 Das M100-Arm zeigt. Okay. 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 So. Okay. 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 Und jetzt. Hmm. F-Temple, F-Temple. Wut. Wir lassen es jetzt mal so. F-Temple, F-Temple. F-Temple, F-Temple, F-Temple. F-Temple, F-Temple. F-Temple, F-Temple. So, da oben ist der Ring. Wir sind bald am Ziel angelangt. Und dann kommen wir nach Agnesa. Schalte die elektrische Barriere. Schalte die elektrische Barriere. Das wäre dann so viel einfacher für mich. Zuerst den Schweren. Okay, jetzt heißt die hier. Wieso kommt das Rennen jetzt? Okay, er ist angeworfen worden. Ah, Mist, er steht schon wieder. Ja. 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 Na sind mal. Und daun! Alright! F Tempo Visea! Schade, wir kommen da nicht drunter. Aber da! Ach ja! Die waren schwer! Die M88 Tempo. Ich hatte die sehr schwer in Erinnerung. Die war Heiden. Die war Heiden! Die war Heiden! Die war Heiden! Komm, komm, komm! Wir sind noch nicht fertig! Nein! Wir sind fast da! Du musst noch mehr sterben! Okay, mein Geil! Wir sind noch nicht dran! Ich hab's schon verwendet, Mist. Ich hätte wohl auch kein Rot bleiben sollen. Wenn ich Enddown habe, wäre es schon mal richtig was wert. Okay. Stopp ihn. Gut gemacht. Autosäge. Kann ich blocken. Nutzen. Du bist ein Lerner. Du bist ein Lerner. Du bist ein Lerner. So, du bist dein Letzter, zum Glück. Autsch, Spezialangriff, kassiert. Du wählst aber einiges aus. So, das war's. Just because we're girls, we're supposed to be wimps. How rude. Quite. I'm afraid you have much to learn about the fairest sex shop. Oh. Why do I get the feeling that mastering the Monado is gonna be easier? Ja, ja. F-Tempo Anhang. Uh. Habe ich jetzt alle mit F-Tempo? F-Tempo. 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 F-Tempo Laufwerk noch nicht. F-Tempo Laufwerk. F-Tempo Laufwerk. F-Tempo Laufwerk. Agnesa Transporter. We are finally here. Agnesa Transporter. Heroes! I see you've finally decided to show up. Let's see if we can bust these rust buckets like last time. Think we can do it? We'll get them. With this many troops on our side, we don't even need Shulk's help. You're telling me you're more worried about the kids' schedule? Kinda so for you, Thorin. Shut up! Get moving! Division 4, defend the barrier. Division 6, assist any wounded harness. Bring it on! These high-ends here may be a bunch of sissies, but they've got some pretty nifty gear! That idiot! He'll get his head knocked off in this race! Ha! Keep it up! Show everyone the power of the Jopon! Go! 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 Find the hand! Here apart Ricky! Go! 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 Divisions 1 to 3, continue supporting the Hons, and encircle the faces! Your Highness! Your Highness! Think of yourself! Once the Vanguard has been eliminated, we must join the fight! Better that than die as cowards! Move! Ha! Stick this in your exhaust-body bucket! Who has another taste yet? Eat this! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind ... Wir sind ... 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